17. Oktober kamen die tapferen Männer, um die Männer zu retten, die gekommen waren. Um die Männer zu retten. Und hier ist... Dem Präsidenten kann jetzt keiner mehr helfen, außer einem einzigen Mann. Gib mir Topper Harley, der für diesen Job wie geschaffen ist, weil er voll durchblickt. 20th Century Fox präsentiert... Fortschutz, der zweite Versuch. Beim letzten Mal... Ach so, wer landet! ...hat er es aus patriotischem... Hey, ja! Diesmal hat er rein persönlich gegründet. Von allen Missionen der Welt musst du ausgerechnet in dieser Auftrag... Ich muss, das ist eine Fortsetzung. Charlie Sheen als Topper Harley. Hint? Hint? Er ist hin- und hergerissen zwischen der Frau, die ihn begehrt. Ich bin Pudding in deinen Händen. In meinen Händen wird nichts zu Pudding. Und der Frau, die ihn verlassen hat. Kannst du dir nicht vorstellen, was passiert, wenn du bei dir bleibst? Sex. Ich würde dir jederzeit, ganz egal wo, Freude bereiten. So lange und so oft, wie du willst. Lloyd Bridges als Präsident der Vereinigten Staaten. Oh, was habe ich das denn gegessen? Valeria Gullino als Ramada. Küss mich, wie du mich noch nie geküsst hast. Richard Brenner als Colonel Waters. Ich bin mal gespannt, wie mich er abkratzt. Und Saddam Hussein, wie ihn keiner kennt. Hotshots, der zweite Versuch. Das ist Jim Abrams.